hallo herzlich willkommen zurück bei let's play tomb raider ja wir haben letztens hier den erledigt und sehr eine brennende aktion hier naja wollen wir mal schauen was hier ist ja genau hier ist der typ dieser typ den wir erledigt haben wir haben uns ja versteckt genau das geht ja ich habe es ein bisschen dunkel eingestellt ich hoffe es gefällt uns besser es nicht mehr so hält ihr könnt es in den kommentaren schreiben was ist da los wäre aber super so langsam da ist noch eine was ist da hinter ist sie tot keine ahnung outsider wir wissen dass du da bist du hast keinen ausweg 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 Ich weiß nicht, dass ich da habe. Ja, aber wir wollen mal weitergehen, oder? Ich weiß nicht, oder? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ach, schwer! Ah, da ist noch was! Neues Schluss, okay, genau! Da haben wir die Pfeile! Was? Wuppock, Wuppock, komm! Geldwürfel, kaputtes Handy, dasselbe! Was war's denn? Wieder ein kranker? Nein, sah eher aus... Ach! Was ist da unten los? Alles in Ordnung? Das sind mal Pesche! Wenn man... Lara, bist du da? Ja! Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott! Roth, ich hab hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um! Wer? Männer! Ich weiß nicht warum! Ich musste einige töten! Ich hatte keine Wahl! Das war sicher nicht leicht! Es war sogar erschreckend leicht! Du musst die anderen warnen, Roth! Mach dir jetzt keine Sorgen um sie! Tu was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara! Ich weiß nicht! Die EOS-Schwarzen zu müssen? Guck, da bin noch was gesteckt! Ah genau! So! Na tja, muss ich doch zerstören! Ah, ganz vergessen! Es gibt so viel! Und das Spiel möchte ich versuchen mal 500% durchzuspielen! Also das wird auch ne Weile dauern! Und das ist ja so, dass man früher oder später aufwacht! Aber hier gibt es kein Aufwachen! Das bedeutet, dass ich wirklich hier bin! Das alles wirklich tue! Ich lasse mich aufwachen! Denk nicht darüber nach, Lara! Ich selbst! Es hilft dir nicht! Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist! Hoffen ist es nicht! Sie müssen! Sie müssen! Ich weiß nicht, was dem Teufel hier vorgeht! Aber es zählt nur, dass Roth nur einen Sieg findet, uns nach Hause zu bringen! So, was machen wir denn noch zur Auswahl? Was weißt du, da wär? Da haben wir sicher mal Christen! Ja! Alter, Euro-Counting! Was sieht immer aus? Ich würde noch einen Krieg auch abbringen! Zynische XP! Ausrüstung aufrüsten! Kann man den Boden abbringen? Das ist ja nicht so weit! Wir müssen jetzt ganz genau umsehen nach den Laternen! Weil die ist ganz wichtig! Weil das ist so eine Mission, die man dort machen muss! Ich glaube nicht! Ich bin jetzt nicht so weit! Ich glaube nicht! Ich bin jetzt nicht so weit! Ich bin jetzt nicht so weit! Ich glaube nicht! Ich weiß nicht! Vielleicht noch ein Mädchen für das Lidual! Heute Abend wissen wir nichts! Es war ein... Oh Scheiße! Hier rüber! Jetzt müssen wir nun nach einerylated RTX male nach Böck! Ich bin jetzt imV requ favour! Sie sind schon gut! Ich bin jetzt echt passiert! Das ist es zu! da versteckt sich denn der typ? da versteckt sich keiner nicht großartig oh ja ich versteck mich hinter die felsen wo mich jeder sehen kann ja, ja, das ist so schlau von mir ne, da haben wir aber so'n Pass ja, könnte man abschließen, aber bringt was alles ok, gut oh, wo ich bin komm ihr da wir werden noch mehr, was ich wir werden noch mehrfach hier wieder zurückkehren wegen der 100% komm komm 191 genau, weil hier fehlt noch was das kann man später noch öffnen oder war das hier? ne, war's doch nicht da war's doch später ja, wir können doch nicht alles holen wir können es erst später machen wir alles holen das bedeutet Ärger sie ist irgendwo hier drin, findet sie dann wurde er öffnen nur die Ärger vier, zwei, unter drüben ok Spanner, steh, steh Santanen herausfordert so, jetzt schwächt man's noch nicht zu, komm an komm Wieso seid ihr denn eigentlich? wie war geht's da runter? so sind die Typen eigentlich wie merken sie es mir dass eine Frau eine Frau erledigt alle Da ist sie! Da ist es! Oh, 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 oh! Da ist es, da ist es! Okay. Versucht uns rein. Modell freigeschaltet. Sehr gut. Was ist denn bei uns so schönes? Alterne! Alter! Alterne, holen wir mal wieder. Ah! So, machen wir mal wieder. Flaschen. Ja, geht doch. Was ist da drin? Ein Seidenfächer. Kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Ja, das scheint ein Original zu sein, oder? Ja. Das ist ein Original. Gut. Ja. Ah, nee. Rüberspringen. Oh, oh. Und nach unten. Wie war das denn eigentlich? Oder eher nicht? Ach nee, komm nur da runter. Sehr gut. Das war ja, brauchen wir doch irgendwo, dass es aktivieren. Natürlich werden wir noch die Klamotten wieder wechseln. Ja. Ach. Götzbeken auch. Okay, 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 okay. Und abfucker hin. Und abfucker hin. Oh, gerade mein Mikro ist gescheitert. Oha, sorry. Ja, wie gesagt, die haben einen Menschen umgebracht. Na ja, mal sehen, was in meinem nächsten Part so alles erscheinen wird. Was dann noch kommen wird. Und ja. Also, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Tomb Raider. Und gebt ruhig einen Daumen nach oben. Und lasst ruhig ein Abo da. Um keine Folge zu verpassen von Tomb Raider oder von anderen Let's Plays. Und auf Wiedersehen.